Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir meine Oktober-Einnahmen von meinem Lucky Affiliate Business zeigen. Du weißt ja, ich habe einen eigenen Kurs, den Lucky Affiliate Video Kurs, wo ich zeige, wie du als Affiliate in der wichtigsten und bestbezahltesten Branche eben Geld verdienen kannst. Und hier sehen wir zum einen mal meine Einnahmen von dem ersten Anbieter, wo ich als Affiliate aktiv bin. Du siehst ja 781 Klicks, 60 Registrierungen und 30 neue Accounts, die Geld eingezahlt haben und eine Provision von über 5.237 Euro in einem Monat. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Es läuft auch gigantisch. Ich habe noch einen zweiten Anbieter, den zeige ich dir jetzt auch gleich. Das Video generell möchte ich sehr, sehr kurz halten, denn mir geht es ja wirklich nur darum, auch nochmal zu zeigen, was ich damit verdiene. Denn wenn ich schon einen eigenen Videokurs anbiete zu dem ganzen Thema, dann möchte ich auch, dass ihr wisst, dass das auch funktioniert und dass ich damit auch selber schon Geld verdiene. Also nicht nur mit dem Kurs, sondern eben auch mit dem Business an sich. Denn das Business ist wirklich sehr, sehr lukrativ. Du siehst es hier, wir sind hier beim zweiten Anbieter. Bei dem bin ich noch nicht so ganz lange aktiv. Von daher siehst du meine aktuellen Monatsumsätze hier im November. Wir wollen uns aber im Oktober anschauen, denn heute ist der 6. November. Das heißt, da sind zwar auch schon 60 Euro dabei, aber wir wollen uns hier auf jeden Fall den Oktober anschauen. Das ist, wie gesagt, ein zweiter Anbieter, bei dem ich aktiv bin. Und da siehst du 122 Klicks, 15 Registrierungen und 10 neue Accounts, die quasi von diesen 15 dann auch eingezahlt haben. Und es sind hier über 468 Euro. Und das lässt sich auf jeden Fall auch gut sehen. Hier ist natürlich auch noch ein bisschen der Vorteil, dass hier wirklich keine Sportgeschichten dabei sind, sondern wirklich reines Casino. Und dementsprechend hier die Einnahmen auch etwas höher, denn hier macht man dann doch deutlich mehr Provisionen. Und genau, also das im Prinzip so meine Einnahmen. Das für dich als Überblick, was ich so in einem Monat einnehme mit meinem Business. Und wenn du das natürlich auch selber machen möchtest, kann ich dir meinen Lucky Affiliate Videokurs empfehlen. Der ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Schau es dir einfach mal an. Da ist persönlicher Support von mir auch dabei. Das ist die Seite, auf die du dann kommst. Das ist, wie gesagt, komplett von mir selber der Kurs erstellt. Eins zu eins Schrittanleitung von mir persönlich, wie am Bildschirm, damit du es auch genauso nachmachen kannst. Und wie gesagt, Support gibt es bei dem Kauf natürlich unendlich lange kostenlos durch mich, durch Instagram, Facebook und so weiter und per E-Mail. Von daher, ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst für die Einnahmen und für das Business. Und gerne auch einen Kommentar da lässt und ein Abo. Ich wünsche euch viel Erfolg und Geld verdient. Euer Flo Pharrell.